Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Argon mit Sven, der hier mit dabei ist. Hallo. Ja, Minecraft Argon, dritte Folge, jetzt bei mir. Äh, los geht's, bei Sven ist jetzt schon weiß ich, welche Folge ist es. Neunte. Die neunte, also troj. Schön geblieben in unseren geilen, äh, häuschen, wo unsere Frames so beschissen sind. Aber hey, was soll man machen? So, wir haben ein bisschen unseren Turm gefunden. Ich hab möglicherweise etwas sehr, sehr Schickes gefunden. Hier müssen wir uns erstmal, was hast du denn gefunden, wir müssen uns erstmal hier... Ich bin mir noch nicht sicher. Erst, verzeigen. Wir brauchen auf jeden Fall, Leute, wir ziehen um, weil hier will ich nicht mehr sein. Hier ist es beschissen. Auf dem Wasser, hab ich festgestellt. LoL, muss ich jetzt echt hier hoch? Dann hat mir mal das mit, dass ich dir so was. Gehindert. Ja, auch das hier mit. So, das ist natürlich mit, das hier, das hier auch noch mit. Die hier können wir, das können wir mitnehmen. So. Oh, shit. Mehr können wir, alles, sonst können wir zurücklassen. Den shit hier brauchen wir alles nicht. Den shit hier brauchen wir alles nicht. Und Vögelein. Da kommt der Teil, so. Wir ziehen um nach dort lang. Ach, muss das jetzt sein. Ich habe irgendwie, Blöcke. Ja. Guck mal hier, hier ist ja dieser große, ganz große, große Baum hier. Hier ist doch der Stamm davon. Oh, ja. Oh, ja. Hohoho. Leute. Leute. Ich weiß, das lenkt uns eigentlich ab und wir sollten mit den Aufgaben weitermachen. Aber. Oh, shit. Haha. Die Geile, Leute. Hey, wir haben Öpfel. Wir haben wenigstens was zu essen bekommen. Was ist denn jetzt? Leute. Jetzt wird's. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird mal diesen Mega-Baum hier versucht zu fällen, so. Ja. Wir müssen auf jeden Fall Eisen finden. Danach gehen wir zu diesem Turm hier. Deswegen sollten wir uns nicht so weit davon entfernen. Also, gehen wir mal hier. Graben uns hier mal ein bisschen runter. Denn ich hole mal die geilen Quests raus. Ich weiß, was ich noch zu erledigen habe. Ich bin aber auch nicht. Ich bin aber auch nicht. Wir sollten auf jeden Fall... Die erste Quest werden wir hoffentlich heute noch abschließen und zwar den Turm clearn. Das sollten wir mal schon mal hinkriegen, bestimmt. Also, ich wage mich gerade auch an eine Quest ran. Die wäre? Ja. Ähm. Die Festung clearn. Oh, okay. Die habe ich gerade gefunden. Und, naja, ich musste einen Jump machen... Also, äh, um direkt zum Boss zu kommen, hätte ich einen Jump machen müssen. Den habe ich verkackt, bin die komplette Fassade runtergefallen und hatte nur noch ein halbes Herz. Ah, okay. Alter, halbes Herz? Ja. Krass. Richtig. Ja, weißt du, wann geht die Party ab, sagst du? Guckt unbedingt bei mir, Leute. Bei Eric ist langweilig. Ja. Das ist echt. Das ist hier einfach nur Standard. Gerade wieder irgendwas zu bauen. Ne, das ist aber auch gerade nicht. Oh. Ja, tut mir leid, dass man das bei dir hört. Na, mach mit. Ähm. 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 Ah, was muss ich denn machen? Das stimmt. Oh, knock. Warte, 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 warte. Oh, Leute. Jetzt brauchen wir jetzt einfach alles weg hier. Oh, Alter. Was machst du denn da Lohen gerade bei Farmen oder was? Ne, äh. Das ist der, der Walker King. Ah. Das ist ja wie so ne Lohen. Ja. So. Wir versuchen mal unser Glück, wir brauchen nämlich Kohle, wir werden uns gleich weiter runter bauen und gucken, hoffen wir, dass wir irgendwas finden, Leute. Der nächste Tag, Leute. Alter, was, was, dann geht's gerade echt ab, was muss ich sagen, ey. Der vergewaltigt, der hält halt voll viel aus. Ja, durch hier, so. Okay, wir werden auch heute mit der Dinger geschehen, leider, leider. Tut mir ein bisschen leid, aber... Hey. Ich hab mir noch zwei jetzt. Alles gechillt angehen, Junge, so muss ich auch machen. Äh, komm mal runter. Boah, warum muss der so viel Leben haben, ey. Oh, ne Höhle, Gott sei Dank, ey. Oh, ne Höhle, ich bin mit dem... ...Diament ist Kampf mit dem sind wir beide von der Burg gefallen, Alter. Oh, ne Höhle, ich bin mit dem... ...Diament ist Kampf mit dem sind wir beide von der Burg gefallen, Alter. Und... Oh, wo seh ich gerade? Fahr mit 10 Dias. Das können wir schaffen, Leute. Das können wir schaffen, wenn wir wollen. Also, das ist gerade, äh, ziemlich möglich. Ich bin mit dem linken. Äh, müssen wir auch setzen. Jawoll! Hast du es geschafft? Jawoll, er ist tot. Aber muss ich dich auch nicht mehr leiser machen. So. Ah, Kohle, endlich. Na, dann nehmen wir sie mit. Sollte aber. So, aber... Wir wollen ja... Warte, wir gehen erstmal... Wir gehen erstmal zurück, Leute. Ich weiß nicht, äh... Clearen heißt komplett alles töten, ne? Ja. Alles klar. Alle da... Ne, mitnehmen, Leute, an Eis, was geht. Auf jeden Fall... Oh ja, wir konnten auf jeden Fall diese zwei Quests schaffen. Das werden wir auch machen. Das werden wir machen. Das werden wir machen. Denn diese und nächste Folge werden wir, ähm... Festung bewältigen. Und ich weiß gerade nicht, wie ich von dem Schaltzberg runterkomme. Alter, die Festung ist am behindertsten Ort, den man sich jemals aussuchen konnte. Wie ist die denn? Warum habe ich nicht meinen Electric Staff? Der ist mitten auf so einem Eisberg. Hatten wir doch schon mal, glaube ich. Ich weiß noch, als wir noch zusammen gespielt haben. Ja, ja. Aber die ja auch so... So bei den Bergen und so. Das war voll komisch. Ja, aber das... Du weißt, das ist richtig krass. Ich muss erstmal... Einen Berg hoch und dann muss ich einen Berg runter, weil das genau in so einer Schlucht ist. Voll komisch, ey. Das ist voll abgefuckt, ey. So, ab nach oben, Leute. Wir müssen jetzt mal was schaffen, hier. Ähm... Boah, Alter. Ich wollte gerade unbedingt MLG Water zu machen. What? MLG Water. Du springst einfach runter und setzt Wasser in dem Moment, wo du aufkommst. Den Fallschaden zu dämmen. Was war ich gerade mit dem Gedanken am Spielen? Äh, ich muss nach da. So, ab nach oben, Leute. Ab nach oben. Oh, es ist dunkel geworden. Verdammt. Ähm... Wir sollten uns schlafen, Dig. Wir sollten nicht schlafen. What the fuck? Sandwurm. Hm. Sandwurm. Die sind auch aus Singens. Terraria. Echt? Ja, glaub schon. Auf jeden Fall hab ich ja letztens aufgenommen in Terraria und dann hat mich so ein Wurm ganz abgefuckt, Alter. Boah. Terraria, ey. Ja, Leute, wir werden uns jetzt ausrüsten. Und dann werden wir schnell das Castle platt machen. Wir werden jetzt erstmal das Dingens hier machen. Äh, das Eisen bringen. Äh, mit unseren geilen Charcot. So. Lass mich aber den geilen Electric Staff mit. Machen wir mal ne Kiste. Leider. Warte mal, da ist noch ne Kuh. Kann ich direkt Verzauberungen machen. Hallo Küchen. In dein geiles Leder. Ähm. Brauch ich nicht. Und... Jawohl. Zum Beispiel schickes Leder für ein Buch. Das heißt, wir können einen Charpentable machen. Das heißt, ich kann... Äh... Fuck. Die... Was nochmal... War nochmal Haltbarkeit? Äh, 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 äh... Ach, ich werd's ja sehen. Haltbarkeit. Wieviel? Wieviel? Haltbarkeit? Äh... Haltbarkeit? Äh... Durality? Ne, das Enchantment. Haltbarkeit. Achso. Okay. Weiß grad auch nicht, ne? Wie... Fünf Minuten noch? Oder wie? Vier. Vier Minuten, na gut. Walker Sword. Okay, vier Diamanten haben wir noch. Vier... Noch sechs, Leute. Ah, Unbreaking. Genau, Unbreaking heißt. Okay. Komm, bitte sind's viele Diamanten. Bitte, bitte, bitte. Oh, neiii! Nur sechs Stück! Muss man eigentlich die zehn, die das auch einmal farben? Nö. Oder kann das auch in verschiedenen Abständen sein? Das kann in verschiedenen Abständen sein. Das ist gut. Alles klar. Alles klar. Leute. Wir haben jetzt unser geiles... ...Diamond Giants World. Cool. EZ. Juh, erste Quest geschafft. Leck mich am Arsch. So, das müssen wir notieren. Das müssen wir notieren. Das müssen wir notieren. Ob gegen das Mikro gekommen... Äh... Wo steht es? Ähm... Stelle ein... Blablabla... Geschafft. So. Ähm... Dann fahren wir zehn. Hier ist auch noch mal im Wege. Wir haben sechs. Schreibe ich mal so auf. Okay, das Giants Sword. Können wir mal hierhin packen. So lange. Und Bahne, das ist eine Rüstung. Ja. Okay. Der Oberkörper. Ja. Äh... So. Ja. Ja. Äh... Scheiße. Reicht nicht. Da machen wir uns mal Schuhe. Brauch ich denn? Das ist Sugarcane. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Und mit einer Eisenrüstung, Leute. Gehen wir dann in den Turm. Aber ich glaube, diese Folge werden wir das nicht mehr machen. Äh... Äh... Schauen wir trotzdem, was da geht. Das ist restliche Obsidian. Gehen wir noch mal nach unten. So würdest du mir hier den Timer ansagen? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Ja, easy. Ich hab letzte Folge fast Überlänge gemacht, Leute. Ich möchte, dass das nicht nochmal vorkommt bei mir. Bei dir. Aber nur fast. Ja, noch mehr Eisen. Geil. Ja, die Kohlen nehmen wir auch noch mit. Auch noch mit. Ja, geht. Noch vier Dias Leute. Dann haben wir auch schon noch den Peske erledigt. Tut mir leid. Leid. So. So. Fackel. So. Gehen wir weiter. Weiter. Und was machst du gerade so? Die Enchanter gerade. Oh. Interessant. Alles möglich, ja. Gold. Oh, wir brauchen Gold. Gold brauchen wir Leute. Okay, Apfel. Ich hab doch einen Amboss. Kann das hier gebrauchen. Sind wir zwei? Oh. 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 Ups. So. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Ja, stimmt. Das machen. Das nutzen wir auch jetzt auch voll aus bei mir. Aber keine Diamanten leider Leute. Trotzdem, wir haben jetzt gleich Eisenrüstung. Das ist schon mal was wert. So. Lian. Lian. Lian brauche ich nicht. Ne. Wow. So. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausrüsten für den spannenden Fight. Fight? Eid können wir ihn nennen. Naja, okay. Gegen. Gegen. Ja. Gegen das Clear. Für das Clear an der Burg. Achso. Das hast du noch nicht gemacht. Interessant. Ne, ich hab nur den Boss gekillt. Dann bin ich nicht abgehahnt. Ah, okay. Oh, ich hab sogar einen Eier. OP Apfel hab ich gecraftet. Okay. Momentchen, ja. Dann gehen wir nach oben. Wren das Eisen und... Boah. Komm schon. Schnell auf, schnell auf, schnell auf. Wir machen uns schnell auf den Weg. Geh, 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 weiter. Mit unserem geilen Electric Staff. Oh, ich hab noch eine geile Essence. Ähm. Aber es ist gar nicht ein Essence. Die fressen wir mal direkt weg. Direkt weg. Juhu. Juhu. Ja, Leute. Das sind die Electric Staffs. Die sind awesome. Scheiße, ich weiß nicht wie viele wir schon haben. Verdammt. Ich hab den Hochschott gefunden, den ich mir gebastelt hab. Noch ein Eisen. Schneller. Komm schon. Und dann machen wir Schluss für heute. Schneller, schneller. Ist doch geschafft. Ist doch geschafft. So, Leute. Das war's aber dieser Folge, Leute. Wir haben's geschafft. Eine Quiz haben wir jetzt erledigt in der dritten Folge. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Alles mal dazu. Oh ja!